Wenn es in Ihrer Pofalte plötzlich und ganz extrem anfängt zu jucken, so als hätte irgendjemand einen ganzen Sack von Juckpulver hineingetan. Sie sind aber mitten in einem wichtigen Gespräch. Mit der Bundeskanzlerin vielleicht oder irgendwem und alle verdammten Kameras dieser ganzen Welt sind auf Sie gerichtet. Dann können Sie sich nicht im Hintern kratzen oder einfach aufstehen und gehen. Sie müssen ausharren. Oder Sie können Ihre Hände, Arme und Beine nicht bewegen, haben aber andererorts einen Termin, der vielleicht über Ihr ganzes Leben entscheidet, zu dem Sie auch hinwollen, aber nicht können, weil Sie festgebunden sind. Dann sind Sie im Arsch. Ein beklemmend, ohnmächtiges Wutgefühl zieht Ihren ganzen Körper hoch. Die Beine wollen anfangen zu zappeln. Vielleicht ziehen Sie die Zehenspitzen ein. Aber das Gefühl wird schlimmer. Und schlimmer. Und schlimmer. Beherrscht schlussendlich alle Ihre Sinne und dann werden Sie innerlich wie wahnsinnig.